ich muss jetzt eh mal sterben lasst mich mal ausbluten ich möchte das probieren weil wenn das geht dann können wir zwei feuerbogen haben die leben ich einfach nicht ich muss dann nämlich nur ganz schnell hierher laufen und den bogen nehmen und dann die zeit ablaufen lassen dann sollte eigentlich ein zweiter bogen drinnen stehen das ist mein letztes kapitel ich glaube nicht eben darum ist eben darum ist eh gut lasst mal bitte die ja ich muss jetzt aber einen nehmen es muss einer warten immer noch besser als die alternative schätze ich es muss glaube ich ein unabgegradeter drin sein wenn es mich nicht täuscht dass man einer kurz eine waffe kauft ja dann ist der der was drin liegt glaube ich schon abgegültet oder der wird dann irgendwie abgegültet ja dann müsste es eigentlich eh schon passen die europa ist so recht und wenn ich fertig bin und kens reine nehmen falls das nicht geht aber wird wohl funktionieren ab jetzt will ich ein besserer mensch sein die mir schaut gut ist nur eine abendet es ist gar keine drinnen nicht die größe zählen nachschlangen und soll dann was man damit anstellen so oder oder die ist dann irgendwie verdoppelt aber ich weiß nicht wie ich will es jetzt irgendwie nicht riskieren wenn mir komfort weil er war ja nur zu zweit und darum sind ja mehrere drin gestanden na warte warte ich muss noch warten ich muss noch warten bis der ding bis die zeit abläuft bei mir dann steht er auf einmal drin normal erst wenn das lost and found abgelaufen ist und das dauert jetzt noch ich traue mich jetzt auch noch nicht schießen ne jetzt ist noch ein viertel aber ich traue mich jetzt nicht mal schießen mit der waffe also falls ich vielleicht nur eine kugel verschieße dann schon nicht mehr geht oder so so jetzt ist ausgelaufen ne ist noch ist noch tschuldigung tschuldigung ist noch immer ich seh die nur nicht überall und und ausgelaufen jetzt müsste einer drin ja wer will den zweiten feuerbogen alter wie geil das funktioniert alter das funktioniert dazu wer steht hier drin und ich hab ich hab ihn daneben in der hand wie geil ist das ich glaub den wolf kannst jetzt hier machen oder